Hallo Leute, heute sprechen wir mal über ein Thema, was mich die letzten Tage sehr getriggert hat und auch irgendwie so ein bisschen angenervt hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe es auf ein paar Kanälen gesehen, ja, die haben es falsch erklärt, die haben es falsch gesagt, in meinen Augen zumindest. Ich habe es aber auch auf ein paar anderen Kanälen gesehen, da war das perfekt erklärt und auch genau so, wie ich mir das halt auch denke und wie ich das auch selber einsetze, wenn ich solche Sachen benutze, weil diese Flexverbinder benutze ich halt schon länger, das muss ich dazu sagen, das ist nicht erst seit dem halben Jahr, wo ich 3D-Druck mache im Einzelnen, sondern ich nutze diese halt auch schon für andere Sachen. Ich habe zum Beispiel schon seit 2005 eine Fräsmaschine und dort nutze ich die Teile, daher habe ich mit diesen Teilen auch schon lange, lange Zeit Erfahrung und möchte deswegen das Ganze mit euch so ein bisschen teilen, weil ich es doch jetzt des Öfteren aufgrund des Suchens gesehen habe, dass es total verkehrt erklärt wird, finde ich zumindest, das kann gerne jemand anders sehen, aber ich habe zum Beispiel auf dem Kanal Philips habe ich gesehen, er hat das super erklärt bei seinem Printcore One, er hat auch genau das gleiche gemacht wie ich, wo wir gleich drauf kommen werden und ich glaube, XR Control hat das auch erwähnt, dass die festen Verbinder besser sind, wie diese flexiblen und so weiter und so fort, aber ich denke, wir gehen jetzt mal ins Detail, dann kann ich das noch ein bisschen dazu ausführen, wie ich das halt von mir aus sehe, dazu mache ich jetzt gerade mal die On-Hands-Kamera an, das hier ist jetzt ein professioneller Verbinder, dieser Verbinder wird eingesetzt in CNC-Maschinen, hat einen Edelstahl-Flex, das ist nicht so ein geschlitzter, wie jetzt bei den Druckern eigentlich immer mit dabei ist, wenn kein fester dabei ist und hier bei dem kann man es halt sehr schön veranschaulichen, was halt nicht sein darf, denn ihr wollt ja im Prinzip das Spiel ausgleichen, was halt so ist oder was so ist, wenn sich die Achsen halt bewegen, ihr wollt aber nicht, wenn ihr eine Z-Achse habt, dass das hier passiert, dass man diesen Verbinder zusammendrücken kann, ich muss jetzt dabei so ein bisschen auf den Bildschirm gucken, dass ich das auch sehe, dass ihr das seht, was ich da mache, das tut mir leid, aber es muss halt sein, so, und aus diesem Grunde ist es bei mir schon seit Jahren so, dass wenn ich irgendetwas baue, wo eine Z-Achse mit so einem Flexverbinder zusammenhängt und der Flexverbinder ist auf einem Motor und der Motor treibt danach die Achse direkt an, dass in diesen Flexverbinder ganz einfach sowas reingehört, und zwar damit beide Achsen steif aufeinander sitzen, aber trotzdem flexibel miteinander verbunden sind und sich drehen und winden können, wenn das Ganze mal nicht ganz so genau passt, gerade bei den billigen Trapezspindeln ist es halt so, dass da gerne die Spindeln mal eiern, das kann man mit sowas sehr gut kompensieren, aber das heißt ja nicht, dass ich damit trotzdem dann diese Federwirkung haben will von den Dingern, das darf nicht sein, weil wenn ich bei einer Z-Achse fräse, dann möchte ich zum Beispiel nicht auf 3 Zehntel genau fräsen, ich möchte da eigentlich irgendwo im Hundertstelbereich liegen, auch bei diesen kleinen Portalfräsen, und deswegen ist das bei mir schon seit Jahren so, dass dort so eine Kugel reingehört, und das gleiche ist halt, wenn ich jetzt gucke und mache euch mal das CAD auf, und da ist es halt so, ich habe den Verbinder gestern mal gezeichnet, dass das jetzt im Prinzip der Verbinder ist, wie er in den Druckern verbaut ist, und auch dort ist es kein Problem einfach zu sagen, ich packe diese Kugel dazwischen, diese Kugel verbindet im Prinzip die Achse vom Motor, die ja auf zwei vernünftigen Lagern in der Regel sitzt, mit der Welle der Z-Achse fest, ohne dass sie sich bewegen kann und wandern kann. Ich habe das nämlich bei den Anet-Druckern gemerkt, da sind sehr weiche Verbinder drin, wenn da auch nur das kleinste bisschen in den Z-Lagern nicht absolut hundertprozentig leichtgängig ist, hat man immer solche Rillen im Druck, weil dann die Achse ein oder zwei Schritte übersprungen hat und hängen geblieben ist und dann auf einmal so einen Sprung nach oben macht. Und das will man ja eigentlich nicht so. Und deswegen kam ich halt darauf mit dem Bereich aus dem Fräsen, es ist halt so, da will man das ja gar nicht. Wenn ich mit einem Fräser irgendwo reinfahre und tue im Halb-3D oder direkt im 3D irgendetwas fräsen, mit einer Portalfräse geht das ja auch, wenn man jetzt 15 oder 20 Millimeter Platten drauf macht und möchte dann dort was rausfräsen, dann will ich ja nicht, dass der Fräser bei der fünften oder sechsten Spur, die er zieht, weil er die Z-Achse nachgesetzt hat, auf einmal dann Wellen schlägt, weil dann diese federnde Z-Verbindung nachgegeben hat. Der Motor soll das ja steif halten. Und so ist es auch teilweise in den Industriemaschinen sogar, dass die Motoren mit Kugeln gegeneinander gestützt sind oder gegen die Achse gestützt sind, dass sie spielfrei sind. Das ist in den meisten Fällen sogar einstellbar. Aber es gibt so viele Leute, deswegen hat mich das auch so getriggert, die halt sagen, diesen Flexverbinder muss man so dahin machen, dass auf keinen Fall irgendwas dazwischen kommt, dass dieser einfach so flexibel wirken kann, wie er ist. Ich nenne dazu keine Kanäle oder sonst irgendwas oder YouTube-Kanäle oder auch andere, die ich in diversen Suchmaschinen gefunden habe. Das mache ich nicht. Das ist mir auch wurscht. Das kann jeder machen, wie er selber will. Aber ich finde halt, dass dieses Wissen an alle weitergegeben werden soll, weil es verbessert nicht nur, wie bei mir zum Beispiel bei der Fräse, die Qualität, sondern es verbessert auch bei dem Drucker die Qualität enorm. Weil ihr habt Schrittmotoren da drinne. Diese Schrittmotoren machen einen Step. Und dieser ist ja meistens noch in kleinere Steps unterteilt, in feine Steps, für die, je nachdem, was für Motortreiber drinne sind. Und ihr wollt ja im Endeffekt, dass diese Steps alle an die Achse weitergegeben werden. Und das funktioniert nur, wenn der Motor ein Fixpunkt ist. Wenn dort diese federnde Verbindung dazwischen ist, kann es passieren, dass manchmal ein paar Hundertstel komplett ausgelassen werden. Und beim nächsten Schritt springt die dann nach oben. Und man hat dann keine anderthalb Zehntel oder ein Zehntel höher gestellt beim Druck, sondern man hat auf einmal dann 1,4 Zehntel oder irgendwas. Also total strange Werte, sag ich jetzt mal. Und dann sieht das Druckbild auch dementsprechend schlecht aus. Und wie gesagt, ich habe ja erwähnt, es sind zwei Kanäle, die haben beide gesagt, die festen Verbinder sind besser. Und ich glaube, Philips war es sogar, der auch eine Stahlkugel eingelegt hat auf den Motor und auf die Welle, also zwischen Motor und Welle, um genau das Gleiche zu produzieren. Und das ist absolut perfekt, weil ich komme auch aus dem Metallbereich, genauso wie er. Daher ist die Erfahrung halt da, dass solche Sachen halt nur funktionieren, wenn sie spielfrei sind. Wenn ich bei einer Fräsmaschine zum Beispiel und habe da Achsenspiel, dann muss ich entweder das Umkehrspiel ausgleichen oder ich muss das Spiel aus den Achsen rauskriegen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Aber das ist halt viel schlimmer wie beim Drucken. Deswegen fällt es halt dort sofort auf. Da fällt auch das kleinste bisschen auf. Wenn man ein Auge dafür hat, ist das ganz, ganz gruselig, weil man merkt sofort, wenn was nicht stimmt. Und beim Drucken ist das genauso. Ich gucke mir das dann mit einer Lupe an und denke mir, huah, da hat die Achse gesprungen. Das kann nicht sein. Deswegen habe ich gleich zu Anfang, auch bei dem Tronxi, dort überall Distanzscheiben und Kugeln eingesetzt in diese Verbinder in der Z-Achse. Und seitdem ist Ruhe. Ich habe seitdem absolut keine Riefen mehr drin. Die Drucke sehen aus wie von einem Drucker, der in locker mal 700, 800 Euro teurer ist. Und das würde ich euch halt ganz gerne so weitergeben, damit ihr diesen Fehler nicht macht und damit rumprobiert und vielleicht eine schwergängige Z-Achse habt in irgendeinem Lager und die ganze Zeit diese Probleme habt, dass ihr dort diese Rillen drin habt, weil einfach die Achse nicht so verfahren konnte, wie sie wollte. Weil eben dann sich die Feder zusammengedrückt hat. Das war eigentlich dieser technische Aspekt von dem Video. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren und Glocke nicht vergessen.